servus leute was geht und was steht ich bin zurück und ich hoffe ihr seid auch mit am start ein neues pack opening ein gepflegt ist besser gesagt das beste pack opening was man sich besser gesagt vorstellen kann wirklich hier hat so ein krasses packlack das ist einfach nicht mehr feierlich direkt an weihnachten aufgenommen also direkt nach der arbeit besser gesagt aufgenommen und mehr lack kann man einfach nicht haben und das auch noch an weihnachten einfach souverän souverän echt da hat ihr echt mal was gutes getan und ja viel spaß wünsche euch bis dahin david silva oder wie heißt er zum nein das habe ich dann weg gemacht tiago silva gezogen sehr schön 87 aber dann können wir leider nicht mehr gebrauchen deswegen müssen wir ihn verkaufen leute leute ich habe sage und schreibe fucking messe gezogen direkt nach weihnachten bestes weihnachtsgeschenk und natürlich noch 2000 münzen for the win aber ich habe messi gezogen ich verarsche ich nicht ich verarsche ich nicht es ist wirklich messi ich bin gerade so durch die wohnung geraced das habt ihr noch nicht gesehen währenddessen ich mein controller hingelegt habe habe ich es aber sind fast alles abgestoßen einfach nur krass ich habe echt fucking messi gezogen wie geil ist das bitte ich hatte gestern noch mit dem kollegen alter und hab dann noch agrior gezogen natürlich leider auch nicht aufgenommen aber jetzt musste ich das einfach machen ich habe verflucht noch mal messi gezogen fecken alter fecken dass man beim verlieren zuschauen kann hier verzweifelt oh gott in form garcia gezogen ja doch ich schwöre die geht mir so auf den geist mit seinem scheiß kommt getrimmelt moment sondern clips halt dort